Grüezi miteinander und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elder Scrolls 5 Skyrim in der Special Edition. In der letzten Folge habe ich eine kleine Hausbesichtigung durchgeführt und bin hier durch die Hütte gelaufen und habe versucht irgendwie weiterzukommen mit der laufenden Quest. Da habe ich ein paar Leute umgeschmiert, deswegen kleben hier noch Reste von irgendwas an der Tür. Ja, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen private Recherche betrieben und dabei gesehen, was für ein Vollhonk ich bin, denn ich habe eigentlich überall, ich bin überall gewesen, im Keller, im Obergeschoss, hier im Erdgeschoss, habe mich auf diesen Stuhl gesetzt und was ich nicht alles getan habe, so, so habe ich mich hingesetzt, ähm, fange ich an zu klauen, wie stehe ich denn nochmal auf? Ah ja. Ähm, ja, wie gesagt, bin ihr überall rumgerannt wie irre und habt die ganze Zeit wie ein kompletter Vollotto das hier übersehen. Da habe ich aus irgendeinem Grund nicht reingeguckt, ich kann mir selber nicht erklären. Die verdächtige Vitrine, die man hier öffnen kann und, ähm, dahinter die falsche Rückwand. Ich hoffe, mir wird es nicht zum Verhängnis, dass ich jetzt hier gerade Sachen genommen habe, aber, ach, die klaut man gar nicht. Die darf man nehmen. Okay. Gut, dann werde ich jetzt hier die falsche Rückwand öffnen und damit wäre das Geheimnis dann offensichtlich gelüftet, wie es hier weitergeht. Eigentlich ganz einfach, aber manchmal verzettelt man sich einfach in so Geschichten hier, ganz komisch. Kann sich das selber irgendwie nicht erklären. So, da ist schon wieder so ein Drucktaster. Ist das jetzt eine Falle oder ist das, oder geht das Tor dann auf? Oh, okay, rausgekommen. Das hätte ins Auge gehen können. Ich wollte schon sagen, hier ist doch wieder irgendwas. Ich glaube, da darf man wahrscheinlich nur über die hier gehen, ne? Die, die nicht dieses rötliche haben, okay. Das ist auch so ein Rätsel für Dumme irgendwie, ey. Na ja, gut für mich. Äh, was haben wir da? Wieder so ein Druckschalter, ne? , Hm, Äh. Hm, Entiz, daz, 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 daz... ...Ah, Entenz, daz, daz, daz... ...Ahn, das ist sogar... Aua. 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 Ich weis nicht, in so Sekten und so brauch man eigentlich gar nicht gucken, glaube ich. Da ist immer nur Schmutz drin. Was haben wir denn da alles? Okay, aber ich würde sagen, lesen wir mal eben hier diese Bücher, tun zumindest so, gucken mal eben, ob man hier irgendwas lernen kann, charaktermäßig, aber sieht erstmal nicht so aus. Okay. 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 Was haben wir hier noch? Ganz viele Hermetisten sind es, okay. So, da haben wir ein paar Edelsteine zum verkaufen. Da wird wieder unheimlich viel Wert angezeigt bei den Edelsteinen, aber wenn es dann darum geht, die zu verkaufen, dann kriegt man immer nur so einen Bruchteil davon an Einnahmen. Ah, da haben wir uns aber jetzt noch, guck an. Da haben wir doch glatt was gelernt. Mercer's Plan, okay. Den nehmen wir gleich, ich les mal eben hier. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr den Gegenstand, über den wir gesprochen haben, in die Hände bekommen konntet, aber ich bin mehr als zufrieden. Ich dachte, ihr würdet einfach warten, bis der Gegenstand von Schloss Elend zu seinem endgültigen Bestimmungsort gebracht werden würde. Doch nach allem, was ich gehört habe, ist er geradewegs aus ihrer Waffenkammer verschwunden. Ich wünschte, ich wüsste, wie ihr an den Wachen vorbeischlüpfen, das Fallgatter umgehen, die Tür zur Waffenkammer aufschließen und die mit einem Zwergenrätsel verschlossene Truhe aufbrechen konntet. Diesen kleinen Trick müsst ihr mir irgendwann einmal beibringen. Ich habe euren Anteil in dem üblichen Versteck zurückgelassen und habe vielleicht bald einen neuen Auftrag für euch. R. Also Unmörser wahrscheinlich, ne? Von R, ob man das ist. Schloss Elend. Ich nehme es mal mit. So, dann schnappe ich mir... Na, warte. Das scheint Questgegenstand zu sein. Ich weiß nicht, was da passiert. Deswegen... Versuche ich mal eben... Hier ranzukommen. Muss man das denn aufschließen hier? Oder kann man das so einfach irgendwie kaputt machen? Habe ich denn hier irgendwas zum draufkloppen? Echt? Habe ich jetzt gar nichts mehr? Hier... Nur noch das hier. Und das mal eben. Ich haue hier mal eben drauf. Okay. Okay. Also muss man wenn dann schon hier... Das schaffe ich ja nie. Das hat Rang-Experte, also... Oder? Oh, okay. Bisschen früh aufgegeben. Ähhh... Chill-Rent. Okay. Schaden zwölf. Ah, Frostschaden richtet das an. Okay. Dann lass das doch jetzt als... Ähm... Standardmäßiges. Weil ich habe hier ein Dolch. Absorb 5 auf Hels, 5 auf Stamina. Ich nehme das mal. So als bevorzugter Schlaggegenstand sag ich mal. Handwaffe. Wenn ich nicht gerade hier am rumzaubern bin. So. So. Dann haben wir das so. Dann kann ich mir nämlich jetzt... Den Plan von Mercer mal zur Brust nehmen. Zack. Okay. Das war dann schon mal das ganze Geheimnis hier in diesem... In so einem ganzen Haus. Jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. Und dann habe ich dieses schreckliche Haus hinter mir gelassen, ey. Und dann habe ich dieses schreckliche Haus hinter mir gelassen, ey. Ach, hier bin ich jetzt. Krass. Okay. Oh, wie praktisch. Bin ich gleich direkt hier, wo ich mit dem... Mit dem Collagen sprechen muss. Du bist das nicht. Warte mal, warum ist denn der Marker jetzt hier? Okay. Demnach steht ja eine Zisterne. Ah, hier. Okay. Gucken, ob es hier was Neues gibt. Hm. Nichts besonderes, aber so ein paar Kleinigkeiten. Aber nicht hier. Okay. So, das Brenolf. Mit dem rede ich jetzt. Wir haben die Stadt abgesucht und mit jedem Kontakt gesprochen. Mercer bleibt spurlos verschwunden. Hattet ihr mehr Glück? Er war nicht da, aber ich habe diese Pläne gefunden. Bei Shores Bart. Er ist hinter den Augen der Phalmer hier? Das war Gallos Projekt. Wenn er sie in die Hände bekommt, hat er ausgesorgt und wird für immer verschwinden. Dann müssen wir ihn aufhalten. Einverstanden. Er hat der Gilde alles genommen und sich eines der letzten großen Beutestücke schnappen zu wollen, ist eine Beleidigung. Ich habe mit Kalia gesprochen und sie für die Behandlung durch die Gilde entschädigt. Nun möchte sie mit uns beiden reden. Schnell. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, dann aber schnell. Okay. Dann habe ich jetzt die eine Quest abgeschlossen und kann die nächste hier starten. Ich würde sagen, wenn ich schon mal hier bin, dann mache ich das jetzt auch hier. Ich verspreche euch, all eure Fragen werden beantwortet werden. Ihr müsst mir einfach vertrauen. Was geht hier vor? Ja, ich weiß, was ihr meint. Wenn sich die Lage nicht bald besser... Brignolf, es ist Zeit, über Mersers Schicksal zu urteilen. Bis ein Gildenmeister gewählt ist, kommt diese Entscheidung euch zu. Ja, und ich habe eine Entscheidung getroffen. Merser Frei hat versucht euch beide zu töten. Er hat die Gilde betrogen, Galos ermordet und unsere Zukunft gefährdet. Er muss sterben. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Brignolf. Merser ist eine Nachtigall, ein Agent von Nocturnal. Dann ist es alles wahr. Alles, was ich gehört habe. Die Nachtigallen, ihre Loyalität zu Nocturnal und das Dämmergrab. Ja, darum müssen wir uns bereithalten und Merser auf Augenhöhe begegnen. Direkt außerhalb von Rifthorn, hinter dem Südosttor, führt ein schmaler Pfad den Berghang hinauf. Am Ende dieses Pfades befindet sich eine Lichtung mit einem alten, stehenden Stein. Ich möchte euch beide bitten, mich dort zu treffen. Ich muss noch einige Vorbereitungen treffen. Wir treffen uns beim Stein. Mhm, okay. Klingt nach einem Plan. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Zum einen könnte ich diese Schmuckgegenstände da, diese... ...Smaragde oder was das alles war, diese Edelsteine verticken. Zum anderen würde ich mal eben gucken. Was ich so an Tränken und so noch habe. Zaubertrank der Heilung habe ich zum Beispiel nur vier Stück. Das ist nicht... ...nicht gerade viel, ey. Hier noch irgendwas? Was haben wir denn da Schönes? Ja, das ist nur mit. Na, ich denke ich muss... Woran denkt ihr? Erstmal hier raus. Zum einen hier raus. Zum anderen... ...brauche ich einen Ticker... ...für Tränke. ... 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 Ich wurde dicht, aber... Was ist denn hier passiert? Mein Dieb... Beklaue ich den jetzt, wenn ich der... Wobei er ist ja ein Dieb, das gehört ihm ja eigentlich nicht oder? So würde ich das jetzt mal rechtlich bewerten hier. Tü-Tü-Tü! Okay, da geht die Quest weiter... Was sind wir da? Ja, da ist die Spelunke. Da hängen die Säufer ab... Keine Ahnung was das ist, aber das Schild draußen deutet nicht gerade, nicht gerade auf Zaubertränke hin oder Magietränke oder wie auch immer. Das ist glaube ich alles nicht das was ich brauche hier. Ja ich habe jetzt auch keinen Bock die Stadt zu wechseln. Da muss ich jetzt mit dem auskommen was ich habe erstmal würde ich sagen. Und dann geht es jetzt hier erstmal weiter. Wobei okay ich muss erstmal gucken wie weit ich da reisen muss. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, da haben sie es hin. Wo hatte ich denn auf jeden Fall die Möglichkeit, so Tränke zu kaufen? Winterfeste glaube ich nicht. Boah, ich weiß es echt nicht mehr. Da oben könnte, Dämmerstern, war das nicht da? Warte mal, dann reise ich jetzt da hin. Irgendwie bin ich der Meinung, dass es da geht. Also, dass es da so ein Geschäft gibt. Oh, das Fell sieht aber schick aus. Sieht jetzt irgendwie so aus, als wäre der Sattel hier auch nochmal aus dem Pferdefell. Keine Ahnung, hat man vielleicht den Zwillingsbruder von dem Pferd hier um die Ecke gebracht, um diesen Sattel zu machen. Naja, egal. Hier habe ich doch irgendwo schon gekauft. Nee, da nicht. Ja, hier ist irgendwas, wo man aber... Das ist nicht das Richtige. Ich glaube, hier unten war das. Ja, hier ist so ein... Das war so ein Mörser abgebildeter. Hier sind wir doch schon mal nicht falsch, per se. Hm, das möchte ich hören, Frieder. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist? Mist. Das ist jetzt nicht das, was ich sehen wollte, hier. Ganz viel Gifte und so. Ah, mein Mausrad, ey. Es ist einfach nur im Eimer. Zaubertrag der Tarnung. Regeneration. Ja, Magiker könnte man nur mitnehmen. Nee, das ist alles nicht das, was ich haben möchte. Stehlen würde ich auch nicht. Nee, da muss ich noch mal irgendwo anders gucken. Ich kann mir jetzt aber auch so schlecht merken, wo diese Geschäfte hier alle sind. Ich gucke mich noch mal in Weißlauf um. Das ist auch hier so ein Mörser- und Stößel-Ding, aber... Ich gucke zur Sicherheit noch mal. Also Tränke muss es doch hier geben. Da ist doch so ein Trank der Heilung. Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall? Werft einen Blick drauf. Okay, da haben wir da was. Kleine Heilung. Ja, nehmen wir auch noch. Magiker. Magiker. Aber sonst noch was Schönes. Ich guck nicht. Nee, reicht. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Ups, ne, hier geht's raus. Ah, ein Seelenstein. Ne, hier wird nicht geklaut. So, sehr schön. Hä? Warum gibt's hier keinen? Nein, Schwester, ich kenn dich nicht. Ich hab keine Schulden bei dir. Ich hab doch keine Schulden bei der, oder? Wer ist das? Okay, in Ordnung. Wie viel schulde ich euch? Es geht mir eigentlich gar nicht ums Geld. Ich hätte euch den Ring nicht auf Kredit gegeben, wenn ihr nicht so offensichtlich verliebt gewesen wäret. Hä? Warum redet die? Könnt ihr mir wenigstens den Ring zurückgeben? Das war eines meiner besten Stücke. Weißt du, was ich damit getan habe? Ihr wolltet sofort zu eurer Verlobten gehen, um ihn ihr zu überreichen. Wisst ihr denn nicht einmal mehr, wo ihr sie zurückgelassen habt? Und das, nachdem ihr mir diese entzückende Geschichte erzählt habt, wie ihr euch in Hexennebelhain kennengelernt habt. Kein Wunder, dass sie euch verlassen hat. Ach, will ich das jetzt hier fortführen? Sicher wird eure zukünftige euch sagen, wo die Feier stattfindet. Falls ihr euch immer noch heiraten will, wenn sie hört, dass ihr euch den Ring nicht leisten könnt. Sicher wird eure zukünftige euch sagen, wo die Feier stattfindet. Ja, gar keine Lust, mich damit noch zu beschäftigen. Muss ich sagen, offensichtlich verwechselt die mich. Oder das war, als ich hier so ein bisschen im Rauschzustand mich befunden habe. Dass ich da irgendwelche komischen Sachen gemacht habe. So ein Hangover-Ding könnte das sein. Ich weiß es nicht. Aber ich werde es mit Sicherheit rausfinden in einer der nächsten Folgen. Vielleicht nicht direkt in der nächsten, aber in irgendeiner der zahlreichen nächsten Folgen werde ich das schon rausfinden. Ihr könnt gerne dabei sein. Für heute sage ich aber erstmal danke fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es dann mit der Quest weiter, die ich jetzt zuletzt unterbrochen hatte. Vor dieser hier mit dem Ring. Wenn es gefallen hat, dann das gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Seid gerne auch in der nächsten Folge wieder mit von der Partie. Bis dahin.